Wann haben die Lieferengpässe der PS5 endlich ein Ende? Was gibt es Neues zu PlayStation VR 2.0? Außerdem neue, frische Farben für den DualSense Controller. Alle wichtigen News der Woche, jetzt! Bevor wir zum Thema Lieferengpässe kommen, zunächst einmal kümmern wir uns um das Thema PlayStation VR 2.0. Wir erwarten ja ein neues Headset, speziell für die PlayStation 5. Früherstens nächstes oder übernächstes Jahr tendenziell. Und es gibt jetzt einige interessante Neuigkeiten dahingehend, die die Webseite Upload VR mitbekommen hat. Deren Quellen anonym sind, aber die quasi in Kontaktschammer sind mit entwickeln von VR. Die eben bereits schon Spiele entwickeln. Und die sagen, dass das VR-Headset wirklich ein High-End VR-Headset sein wird. Allen voran mit einer sehr hohen Auflösung. Und zwar eine Auflösung von 4000 x 2040 Pixeln. Was quasi noch fast so ein paar Pixel mehr sind als 4K-Auflösung. Dabei gibt es eine Auflösung von 2000 x 2040 Pixeln pro Auge. Das muss ja auf beiden Augen unterschiedlich sein. Eben auch für den 3D-Effekt. Damit hat das Headset eigentlich eine doppelte Auflösung zum bisherigen PlayStation VR 1-Headset. Das ja noch eigentlich eine Auflösung von Full HD hatte. Außerdem soll PlayStation VR 2.0 einstellbare Linsenbreite haben. Damit diese genau angepasst sind an die Breite eurer Augen. Außerdem gibt es ein spezielles Field-of-View-Rendering. Das per Augentracking funktioniert. Also die Brille hat sogar ein Eye-Tracking. Also ein Augentracking. Das eben genau verfolgen kann, wohin ihr gerade blickt. Und das hat den Grund, damit das Headset bzw. die PlayStation 5 dann genau dort, wo ihr hinguckt, quasi eine verbesserte Grafikqualität abbilden kann. Und da, wo ihr gerade nicht hinschaut, also die periphere Sicht, dass da quasi höchstwahrscheinlich einfach eine verminderte Grafikqualität abgebildet wird. Und das erzeugt natürlich eine optimierte Grafikperformance und spart sogar Rechenzeit. Und das Schöne dabei ist, dass ihr das gar nicht merkt, weil ihr eben dort, wo ihr hinguckt, immer ein scharfes Bild habt. Während drumherum, wo ihr eben keinen Fokus habt, entsprechend weniger Auflösung bzw. grafische Details zu sehen bekommt. Und das funktioniert eben über dieses Augentracking. Obendrein hat die Datenbrille sogar ein haptisches Feedback, einen Motor, so ähnlich wie im DualSense Controller. Ich denke natürlich nicht, dass der groß vibrieren wird, weil das würde sehr, sehr unangenehm sein. Aber es kann sein, dass der Motor kurze Impulse geben kann, für den Fall, dass man vielleicht nicht an eine Wand stößt beispielsweise. Bereits vor einigen Wochen hat Sony bereits die PlayStation VR Controller vorgestellt und groß gezeigt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannende Sache. Das Problem an den ganzen PlayStation VR Geschichte ist, wir haben noch keinerlei Termine. Es hieß nur, dieses Jahr wird es definitiv nichts. Ich tendiere sogar eher, dass es nicht mal nächstes Jahr kommt, sondern übernächstes Jahr. Jetzt aber zum Thema Lieferengpass der PlayStation 5. Ein Thema, das uns nicht loslässt, dass wir eigentlich seit Start der Konsole haben. Und jetzt hat das Nachrichtenmagazin Bloomberg berichtet von einigen Aussagen von Sonys CFO Hiroki Totoki, der, also der Finanzchef quasi, der eben auch schon mal gewarnt hat, dass die PS5 noch nicht so schnell erhältlich sein wird. Er hat gesagt, er glaubt nicht, dass die Situation sich dieses Jahr verbessern werde. Und dass, selbst wenn sie jetzt viel mehr Geräte produzieren könnten von der PlayStation, auch nächstes Jahr, glaubt er nicht, dass sie mit der Nachfrage mithalten könnten. Also die Produktion kann mit der Nachfrage nicht mithalten. Das ist natürlich ein bisschen, eigentlich fast schon eine kleine zusätzliche Warnung, weil zuletzt hat Jim Ryan, der PlayStation-Boss, vermeldet, dass dieses Jahr könnte es sich noch entspannen. Jetzt kommt die Meldung, dieses Jahr wird es wohl eher nichts, sich nicht entspannen. Und obendrein meinte eben, ist auch noch die Warnung, dass nächstes Jahr eben, wie gesagt, das Ganze genauso sein könnte. Ergo sind wir dann schon wieder im Jahr 2023, wo sie das vielleicht mal entspannen könnte. Das ist natürlich schon eine ganz krasse Ansage. Und zu dem Thema gibt es auch ein Video auf dem Kanal von Frau Pixel, das ihr euch sehr gerne anschauen könntet. Interessant ist dabei auch, dass Sony gleichzeitig sagt, dass sie für dieses Finanzjahr planen, insgesamt 14,8 Millionen PS5-Geräte zu produzieren. Das Finanzjahr hat jetzt eben im April angefangen und geht eben bis Ende März nächsten Jahres. Und bisher verkauft wurden 7,8 Millionen Geräte der PlayStation 5. Und letzten Endes überrascht selbst mich diese hohe, sehr, sehr hohe Nachfrage. Ich glaube, wir hatten noch nie so eine hohe Nachfrage für eine neue Konsole. Denn man darf eben nicht vergessen, auch angesichts der Zahlen, die PS5 wird sogar häufiger produziert als damals die PlayStation 4. Und wir haben halt immer noch einen extremen Mangel an Geräten. Das Gerät ist immer wieder nur kurzzeitig erhältlich bei den Händlern. Und wie gesagt, es gibt keine Entspannung, deshalb im Grunde ist mein Tipp, immer dranbleiben, immer gucken. Es gibt auch dazu, auch bei Frau Pixel, ein entsprechendes Video, wie ihr vielleicht an eine PS5 kommen könnt und welche Tipps es dazu gibt zum Kauf. Passend zur hohen Nachfrage der PlayStation 5 bringt Sony endlich neue Farben. Allerdings nicht von der PlayStation 5, sondern zumindest von den Controllern. Es gibt zwei neue offizielle Farben, nämlich Cosmic Red und Midnight Black. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, denn bisher haben sich auch viele Leute, ja, ich sage nicht beschwert, aber hätten sich andere Farben gewünscht, abgesehen von dem bisherigen Standard Weiß. Was ich allerdings schon sehr schön finde. Jetzt gibt es zumindest auch bald, nämlich ab 18. Juni, die zwei neue Farben. Vor allen Dingen die schwarze Farbe wurde von sehr vielen Leuten ja schon gewünscht. Jetzt gibt es noch eine zusätzliche, coole, abgefahrene rote Farbe dazu. Das Ganze eben, wie erwähnt, ab 18. Juni. Allerdings mit zwei verschiedenen Preispunkten, komischerweise. Die schwarze Version kostet 69,99 und die rote Version kostet 79,99. Das ist natürlich schon eine ganz krasse Ansage. Nichtsdestotrotz, Sonderfarben haben auch schon früher bei der PS4 auch extra gekostet. Noch eine interessante Meldung zur PlayStation 5. Das Gerät kommt diese Woche aus dieser Woche in China rausgekommen. Und beide Versionen, die Digital-Version genauso wie die Standard-Version, eben zu zwei verschiedenen Preispunkten. Einmal für 3.900 bzw. für 3.100 Yuan. Und das Interessante ist dabei, das Gerät konnte schon am Ende April vorbestellt werden und ist innerhalb von einer Stunde ausverkauft gewesen. Ja, hohe Nachfrage eben auch in China. Interessant, dass auch gleichzeitig Microsoft sich bemüht, auf den chinesischen Markt zu kommen. Denn sie werden auch mit der Xbox auf den Markt kommen. Und zwar am 10. Juni kommen die Xbox Series Geräte raus und kosten eben 3.900 respektive 2.400 Yuan. Entsprechend für die Series X oder für die Series S. Und da kommen die Vorbestellungen ab nächster Woche. Ich denke, dadurch, dass beide Hersteller jetzt auch noch einen weiteren Markt beliefern, nämlich China, einen sehr, sehr starken Markt, wird sich natürlich auch die Nachfrage von beiden Konsolen nicht wirklich entspannen und der Lieferengpass entsprechend natürlich sich weiter hinziehen, weil entsprechend die Produktion nicht einfach mal verdoppelt werden kann. Wie schon erwähnt, sie kann nur eben entsprechend ein bisschen weiter gepusht werden in gewissen Grenzen. Nachfrage ist aber nach wie vor da. Dann bleiben wir gleich bei der Xbox. Und zwar Microsoft feiert jetzt schon 20 Jahre Xbox. Komischerweise, weil eigentlich die Xbox wird erst im November 20 Jahre alt. Aber es wird jetzt schon zelebriert, das Ganze. Interessanterweise gibt es auch schon interessante und nette Historien und Rückblicke auf die Xbox. Es gibt auch inzwischen schon Wallpaper und Hintergrundbilder zum Herunterladen gratis. Gibt es auch alles auf der Xbox-Seite. Und es gibt auch inzwischen schon offizielles Merch zum 20-Jährigen eben passenderweise. Wir kommen zu den Neuerscheinungen und den neuen Spielen auf der Playstation und auf der Xbox. Da haben wir diese Woche endlich mal wieder so langsam interessante Dinge am Start. Also das erste ist mal Mass Effect Legendary Edition ist herausgekommen. Die Remastered Version von Mass Effect 1 bis 3 in einem Paket. Und da könnt ihr eben das Spiel entsprechend nochmal nachholen. Beziehungsweise Neulinge können da endlich in die Mass Effect Serie einsteigen. Neben Mass Effect ist auch noch das neue Subnautica, nämlich Below Zero erschienen. Das auch kurz schon angekündigt war, dass es eben auch eine spezielle Next-Gen-Version gibt. Außerdem erschienen ist Hood Outlaws & Legends. Eine Koop-Abenteuer im Mittelalter PvP und PvE kombiniert. Dazu kann ich allerdings auch noch nicht genaueres sagen, wie gut das sein wird. Interessant finde ich allerdings, dass es auch ein Remaster gibt von Baldur's Gate Dark Alliance. Ein schönes Action-Rollenspiel im Dungeons & Dragons-Universum. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr es verpasst habt. Letzte Woche ist bereits Resident Evil Village erschienen. Auch für beide Plattformen, für die Playstation, genauso wie für die Xbox. Wenn ihr mich und diesen Kanal supporten möchtet, dann werdet jetzt gerne Mitglied. Dann seid ihr dabei bei exklusiven Mitglieder-Livestreams, erhaltet vorab Zugriff auf die Pixel-Shows und bekommt viele weitere Vorteile. Klickt dafür einfach unter diesem Video auf den Mitglied-Werden-Button. Verpasst natürlich nicht die weiteren Videos hier auf diesem Kanal rund um Hardware, Playstation, Xbox und so weiter. Und verpasst natürlich auch nicht die Infovideos von Frau Pixel. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Hoffentlich war es informativ. Ihr könnt gerne ein Like und Abo dalassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin.